Norddeutscher Rundfunk 2021 Schätzte Damen und Herren, erholen kann man sich z.B. auch bei einem feinen Essen. Darum heissen unsere nächsten Gäste Pepperonis. 090 und 6 mal die 6 5 mal die 7 und dann 11 mal die 12 Geteilt auf 4 und die Wurzel aus 8 Dann bist du richtig bei mir Attraktive Hausfrauen in deiner Umgebung warten auf deinen Anruf. Erotik. Telefonan Kathrin, was willst du? Hey, deine Stimme, die macht mich ganz anders. Hey, komm, sag mal, was willst du? Ich bin gerade am Kochen, Alter. Wir kochen schon bald das Blut. Hast du spezielle Wünsche? Wünsche? Du kleine Säule. Kann man bald essen? Ich bin am Telefon, Hette, Lats. Ja, gib mir's für mich. Wie willst du es schnell, langsam, dreckig, romantisch? Alles miteinander. Hey, ich habe Hunger! Dann musst du dir halt selber etwas machen. Oh ja, selber machen. Soll ich die Teigware machen? Ja, mach mal Wasser heiss. Heiss, Schmerzen, geil. Bist du noch dran? Ja, ja. Wo sind die Teigwaren? Jetzt warte doch noch geschwind, ich komme gerade. Ja, du kommst und ich warte. Ja. Kochet schon. Und wir, du. Und wir. Nein, noch nicht. Dann musst du halt den Deckel drauf tun. Deckel? So habe ich es noch nie gemacht. Oh, Herr, ein Wort macht die Augen auf. Nein, können Sie lieber zu. Wie lange müssen Sie kochen? Sieben Minuten! So lange kann ich es nicht mehr rausziehen. Ja, Mann. Wofeteili, komm und euch helfen! Mann, ich bin gerade abschaffen und habe noch einen dran! Ja, nimm mich dran, nimm mich dran! So, jetzt bin ich wieder da. Was kann ich für dich tun? Nicht mehr. Danke, es war super. Ich bin jetzt noch ein bisschen schuldig. Das war's. Ich bin jetzt wieder auf dem Plan. Das war's. Ich bin jetzt in der Zeit. Das war's. Das war's. Ich bin jetzt in der Zeit. Es ruht. Es ruht. Ritchi, es ruht. Was soll ich damit machen? Abner? Hä? Abner? Wo? Das Telefon! Ah! Und jetzt? Was sagst du am Anfang? Grüezi, das ist Monika Berger. Nicht den richtigen Namen! Aber das sag ich am Anfang. Nein, sag, da ist Monika Montagne. Grüezi, das ist Monika Montagne. Was kann ich für Sie tun? Hey, ein bisschen geiler. Hey, ein bisschen geiler? Nicht er! Ein Zudenk! Grüezi, das ist Monika Montagne. Was kann ich für Sie tun? Du musst eigentlich schon reden, der sieht dich doch nicht! Hä? Was? Ein Blowjob? Ja. Ja, warte mal schnell. Du, haben wir noch einen Job frei bei uns? Der sucht eigentlich nicht einen Job. Der möchte, dass du immer eins tust. Ist das so schwierig? Leg dich aus, hilf mir nicht auf! Nein! Nein! Pfff! 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 Du musst dann schon reden! Aber ich kann doch eine Blase und reden gleichzeitig! Nein! Du musst dann erzählen, was du jetzt gerade machst! Nein! Ich bin gerade am Telefon! Mein Chef steht neben mir! Sorry! Du musst dann etwas erzählen, was sie in die Fantasie etwas anregen. Ein bisschen ... Mhhhhh! 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 Ja, gib ihm es! Ja, gib ihm es! Nicht er! Nicht er! Also du! Und nicht ich! Und du ihn! Du ihn! Nein, nicht er dir! Nein, nicht er dir! Hoi, Pappi!